Gerne zeige ich dir, wie du ein Objekt drehen kannst und dies auf verschiedene Weisen. Das erste ist, ich klicke es da an und kann es da so drehen nach meinem Gusto. Das wäre die erste Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, dass ich das Objekt anklicke. Jetzt kommt da oben drehen. Ich kann es rechts drehen um 90 Grad, ich kann es aber auch links drehen um 90 Grad, ich kann es horizontal oder vertikal da spiegeln oder ich kann es um einen bestimmten Winkel spiegeln. Das heißt zum Beispiel möchte ich da 15 Grad und dann kann ich das so machen. Das wähle ich, wenn ich zum Beispiel jedes Bild genau gleich drehen möchte, kann ich da diese Option mit dem Winkel wählen.